Avatar Legends, das Rollenspiel basiert auf einem einfachen System und einer Designphilosophie, die als Powered by the Apocalypse bekannt ist. Die Charaktere verfügen nur über eine kleine Menge an Werten. Dazu gehören die vier Spielwerte Kreativität, Fokus, Harmonie und Leidenschaft. Die Werte dafür bewegen sich in der Regel zwischen Minus 1 und Plus 2 und geben an, was bei einem Wurf zu dem Ergebnis von zwei sechsseitigen Würfeln hinzugezählt oder abgezogen wird. Ein Gesamtergebnis von sieben bis neun bedeutet einen Erfolg, der aber leicht eingeschränkt ist. Alles von der zehn an aufwärts ist ein voller Erfolg. Alles unter einer sieben heißt schlicht, dass die versuchte Aktion fehlschlägt. Aber wann würfelt man? Das wird über Spielzüge entschieden. Bei Avatar Legends beschreibt ihr einfach, was eure Charaktere tun, bis einer der Beschreibungen denen eines Zuges entspricht. Dann wird auf den entsprechenden Spielwert gewürfelt, manchmal mit Bonus, je nach Situation. Es gibt aber auch ein paar Züge, die ohne Würfeln eine Wirkung haben, wie zum Beispiel jemandem helfen. Und die Spielleitung kann für ihre Figuren, die Nichtspielercharaktere oder NSC, generell Züge ohne Würfeln ausführen. Dafür gibt es eine Reihe von Grundzügen, die in jeder Situation und für alle Charaktere gelten. Dazu gehört zum Beispiel eine Situation einschätzen. Wenn ihr nach einem Hinweis sucht, wie ihr die Umgebung nutzen könnt, wo ihr einen Ausweg findet und wer euch nützliche Informationen geben kann, wird dieser Zug ausgelöst und ihr würfelt auf Kreativität. Wenn ihr jemand Rat oder Trost spenden wollt, um eine Person zu beruhigen, aufzumuntern oder ihr Hoffnung zu geben, wird es ein Wurf auf Harmonie. Wie genau die Handlung dabei aussieht, entscheidet natürlich ihr und die möglichen Ergebnisse sind bei den Grundzügen aufgeführt und unterscheiden sich von Zug zu Zug. Dabei sind aber nur die regeltechnischen Auswirkungen festgelegt. Wie genau es aussieht, wenn ihr einen Zug durchführt, entscheidet und beschreibt ihr. Allein der Zug auf Fähigkeiten und Ausbildung verlassen, wird sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob ihr mit erdbändigen, Wurfmessern oder selbstgebauten Werkzeugen arbeitet, um ein Ziel zu erreichen. Ein spezieller Fall sind die Gleichgewichtszüge. Neben den weltlichen Dingen sind spirituelle und erzählerische Aspekte extrem wichtig für Geschichten im Avatar-Universum. Jeder Charakter bewegt sich zwischen zwei wichtigen Prinzipien, die sich ergänzen und zugleich Gegensätze sind. Durch eigene Aktionen, aber auch die von NSC, können sich die Figuren in Richtung eines ihrer Prinzipien und weg vom jeweils anderen bewegen. Das kann gefährlich sein, denn wenn eines dieser Prinzipien über das Maximum von plus drei hinausgeht, gibt es Konsequenzen und der Charakter muss sich aus der Szene zurückziehen und für die Zukunft wird das Gleichgewicht verschoben. Es kann aber auch große Taten ermöglichen, denn mit dem Zug deinem Prinzip folgen kann ein Charakter im Tausch gegen Erschöpfung den Wert eines Prinzips nutzen statt eines Spielwerts. Das stellt dar, dass manchmal die eigene Überzeugung und Selbstkenntnis mächtiger sind als Ausbildung oder körperliche Fähigkeiten. Weitere Gleichgewichtszüge versuchen andere dazu zu bringen, sich eines Prinzips entsprechend zu verhalten oder widerstehen einer Manipulation. Ein besonderer, erst im Verlauf der Charakterentwicklung freigeschalteter Zug ist der Moment des Gleichgewichts. Jeder Charakter hat die Möglichkeit, auf eine bestimmte Weise durch die perfekte Balance seiner Prinzipien einen Konflikt aufzulösen. Ganz ohne Würfeln, solange es zu den Prinzipien und der Erzählung passt. Dieser ganz besondere und mächtige Gleichgewichtszug steht für die Momente großer Selbsterkenntnis oder Szenen, in denen auf unerwartete Weise zu einem Gegner oder einer Gegnerin durchgedrungen werden kann. Viele der Züge sind dazu gedacht, Erschöpfung zu erzeugen oder Zustände auszulösen. Erschöpfung ist das Maß dafür, wie lange ein Charakter noch durchhalten kann, sowohl die SC als auch die NSC verfügen darüber. Erschöpfung kann im Kampf verloren gehen, aber man kann sie auch freiwillig ausgeben, um bestimmte Züge erst möglich zu machen. Sobald ein Charakter keine Erschöpfung mehr hat, ist er ausgeschaltet, die Szene geht zu seinen Ungunsten weiter und er kann auch zum Beispiel nicht länger an einem Kampf teilnehmen. Wie genau das aussieht, wird von Situation zu Situation entschieden. Die Zustände oder Status können positiver oder negativer Natur sein und können großen Einfluss auf das Geschehen nehmen, weswegen das Erzeugen von Zuständen ebenso wichtig sein kann wie Züge, die direkter ins Geschehen eingreifen. Sie können Erschöpfung beseitigen oder zufügen, Würfe leichter oder schwerer machen und sogar einen Countdown bis zum Ausschalten des Charakters auslösen. Alle Spielcharaktere verfügen über dieselben potenziellen Status und manchmal kann es sogar sinnvoll sein, für spezielle Züge einen davon in Kauf zu nehmen oder einen zu wählen, anstatt im Kampf durch Erschöpfung ausgeschaltet zu werden. NSC verfügen oft über weniger Zustände, die sie hinnehmen können, bevor sie ausgeschaltet sind, aber es kann sehr wertvoll sein, dies auszunutzen und sie so zu schwächen. Wie genau dies insbesondere im Kampf wichtig wird, erklären wir im nächsten Video.